Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Einschätzung des Gegners anzunehmen bei Alevia Windläufer auf die antropische Ödnis an dieser Position. Hier oben sieht man auch die Koordinaten. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch meine Videos helfen, dürft ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch freuen wird, ist wenn ihr mich abonniert. Da bin ich dann besonders motiviert, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Ich darf mich nun zu dieser Position begeben. Dazu nutze ich jetzt dieses lichtgeschmiedete Signal hier. Ich fliege es mit der rechten Maustaste an und dann mit der linken Maustaste die Findicar. Nun werde ich auf die Findicar geportet und darf zur Questabgabe gehen zu dieser Position. Beziehungsweise ich glaube die stimmt nicht ganz. Weiter steht ihr auf der linken Seite. Bin hier auf dem Patchserver, deshalb ist noch alles ziemlich undeutlich undeutlich. Quest ist dann abzugeben bei Hohexarch Duvalion auf der Findicar an dieser Position. Irgendwie komisch. Ich sehe mich links stehen, aber bin doch auf der Rechten. Wenn ich nach rechts laufe, bin ich noch weiter rechts. Sehr seltsam, aber egal. Wie vorhin erwähnt, falls ich euch geholfen habe, gebt einen Daumen hoch. Und du darfst abonnieren, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschau. Ciao. Bis zum nächsten Mal.